Entdecken Sie exzellente Technik und ein speziell optimiertes Leseerlebnis mit dem neuen Android-Tablet Tolino Tab 8. Dank seines edlen Designs ist das Tolino Tab 8 nicht nur technisch ein Highlight. Es ist besonders leicht, liegt bequem in der Hand und ist damit ein idealer Alltagsbegleiter. Für die richtigen Apps sorgt selbstverständlich der Zugriff auf den Google Play Store. Mit einer Auswahl von über eine Million hilfreicher Apps, viele davon sogar kostenlos, organisieren, mailen, lernen und spielen Sie mit dem Tolino Tab 8 nahezu grenzenlos. Sie suchen einen echten Medienallrounder? Kein Problem! Die einzigartige Tolino Benutzeroberfläche des Tolino Tab 8 sorgt für einfachste Bedienung und übersichtlichen Zugriff auf alle Ihre E-Books, Hörbücher und Filme. Für deutlich schnelleres Surfen und mobile Flexibilität sorgen dabei der leistungsstarke Intel Atomprozessor und der erweiterbare 16 GB große Speicherplatz des Tolino Tab 8. Dank der integrierten 2 Megapixel Kamera steht auch einem gemeinsamen Videotelefonat nichts im Wege. So bleiben Sie selbst unterwegs, bequem mit Ihren Freunden in Verbindung. Sie lieben Geschichten? Wunderbar, denn im vorinstallierten E-Book-Shop des Tolino Tab 8 warten über eine Million Titel auf Sie, die Sie jederzeit über die Tolino Benutzeroberfläche und den Homebutton erreichen können. Erleben Sie die schönsten Liebesgeschichten und die spannendsten Krimis, verblüffend kontrastreich und auch bei kleineren Schriften gestochen scharf. Pixel suchen Sie mit dem besonders hochauflösenden 8 Zoll Multi-Touch-Display des neuen Tolino Tab 8 vergeblich. Mit viel Power sorgt das Tolino Tab 8 für pure Lesefreude, denn dank intelligentem Energiemanagement und extra lange Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden, je nach Verwendung, bleiben Sie mit Ihren Lieblingsbüchern ungestört. Einzigartig ist auch das offene System des Tolino Tab 8, mit dem Sie alle gängigen Medienformate und bei E-Books, insbesondere die Standardformate, mit und ohne Kopierschutz verwenden können. Übrigens auch die, die Sie in öffentlichen Leihbibliotheken geliehen haben. Sie kaufen Ihre Titel bei unterschiedlichen Tolino Partnern? Kein Problem! Verbinden Sie Ihre Bibliotheken einfach mit der innovativen Tolino Bibliothekverknüpfung und haben Sie so all Ihre gekauften E-Books auf einen Blick verfügbar. Dank der zertifizierten Tolino Cloud stehen Ihnen Ihre E-Books auch online rund um die Uhr zur Verfügung. Der kostenlose Zugang zur Cloud bietet einen 25 GB großen Speicher und damit ausreichend Platz für all Ihre Leseinhalte. Ob Tablet, E-Reader, Smartphone oder PC, Ihre E-Books lassen sich geräteübergreifend mit bis zu fünf weiteren Lesegeräten synchronisieren. Tolino entdecke die Leichtigkeit.